Ich mag die Reihe wahnsinnig gerne, weil ich finde, dass es wirklich schöne, lebendige Frauengeschichten sind, die erzählt werden. Dafür gibt es nicht so viele Formate, in denen das so liebevoll, lustig, originell, ernsthaft tatsächlich betrieben wird, wie bei Katie Ford. Und dann natürlich, dass es schöne Geschichten sind. Also ich finde immer, dass es in der Katie Ford-Reihe gelingt, eigentlich ganz schöne, interessante Drehbücher zu entwickeln.